Willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute senden wir Ihnen weiterhin die News der letzten 24 Stunden Florian Silbereisen und Beatrice Iggy. Überglücklich jetzt kann es jeder sehen. Florian Silbereisen und Beatrice Iggy kommen aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus. Die beiden freuen sich nun sichtlich über ihr Glück. Wie schön. Am Wochenende konnte Florian Silbereisen und Beatrice Iggy ihr wundervolles Comeback feiern. Die Freude darüber stand beiden ins Gesicht geschrieben. Helene Fischer Foto, Imago. Florian und Beatrice sind glücklich. Florian Silbereisen feierte am vergangenen Wochenende die Schlager-Champions und ließ damit definitiv alle Schlager-Fan-Herzen höher schlagen. Mit von der Partie, Beatrice Iggy. Der Sänger postete zu dem besonderen Moment unter anderem ein Bild von sich, Beatrice und Ross Anthony, auf dem die drei in Richtung Kamera strahlen. Florian kommentiert zu dem Foto, wir haben alle lange darauf gewartet. Dass so ein Bild voller Glück von seinen treuen Fans nicht lange unentdeckt die Fans sind aus dem Häuschen. Ein wahrer Lichtblick in diesen dunklen Zeiten. Ich weiß du bringst mit deinen Gästen heute Abend definitiv gute Laune in unser Wohnzimmer. So wie super, ich freue mich auf heute Abend, Getränke sind kalt gestellt. Sind nur einige der Kommentare, die sich unter dem Post von Florian finden lassen. Mehr Fanliebe geht wohl kaum. Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass Florian, Beatrice und Co. in diesem Jahr noch öfters die Möglichkeit haben, gemeinsam zu feiern, hat Florian sein Herz neu verschenkt. Diese Bilder sorgen nun für mächtig wir.